Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem Video was sehr lang gedauert hat und wir spielen entlistet. Entschuldigung wegen Stimme. Bisschen doof. Oh Rainer. Guten Tag. Achso, verteidigen. Ja, wieder rein. Wer hat angegriffen? Auf, verteidigung. Auf, verteidigung. Boah, ist das laut. So, das geht besser. Der Feind will unseren Kontrollpunkt erobern. Der Feind will unseren Kontrollpunkt erobern. Der Gegner hat die Position erobert. Der Gegner hat die Position erobert. Der Feind will unseren Kontrollpunkt erobern. Der Feind will unseren Kontrollpunkt erobern. Wir werden den 3-2-3 Ladungen erobern. Tschüss. Mit dem Gewehr kommt mir viel besser klar. Ah, Alter, lass krachen. Au, au, lass auf den Beutel. Er hat den Flieger zerlegt. Er hat den Flieger zerlegt. Er hat den Flieger zerlegt. Was? Irgendwann verzieh dich von hier, Alter. Panzer! Der Feind hat den Kontrollpunkt erobert. Die Flieger zerlegt. Boah, Alter... ...Utterf lackluster... ..zauberer! Oh, Alter. Hmm... ...Cannoyer. ...Handler. ...Handler. Der Feind will den Kontrollpunkt schürmen. Au. Ja, okay. Au geil. Richtig geil. Immer ein Griff! Böder! Ey, wer hat diesen Dampfer mal geschossen? Böder! 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 Ey, hab ich doch getroffen! Böder! Der Feind hat begonnen sich nur 2-5 zu erobern. Nein! Böder! Böder! Ja, ne, ich hab schon gewählt, nicht mein Freund! Scheiße! Was der will! Den klatsch ich gleich weg! Ja, das war gut, als geht an, kann er da rein! Ohne... War das? Ja... Ich hab nix gesagt! Von eben gut platzierte Handgranate! Er ist auch komplett daneben, das Ding! Der Feind will unseren Kontrollpunkt erobern! Ja... Lass ihn machen! Ja... 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 Nein! Okay Die ganze Maschine weg weg Ich brauche doch wieder diesen Scheiß hier ab, Alter Ich kann doch gerne ab Ich kann doch nicht mehr Ich kann doch nicht mehr Ich kann doch nicht mehr Was ist das? Haben die eine Flak aufgebaut? Der Feind nimmt den Kontrollpunkt ein. Sind die das Wahnsinn? Ja. Ich kann es knicken. Ah Gott. Der Feind hat begonnen, den Kontrollpunkt zu erobern. Oh 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 oh. Die das bekommen, das ist gar nicht gut aus. Ich will das Geschenk. Ah! Oh! Oh, die Hände. Oh, die Hände. Okay, okay, los. Hoch mit dir, hoch mit dir, hoch mit dir. Da war ich, da war ich, da war ich. Der Feind will den Kontrollpunkt einnehmen. Wollen kann da vieles, aber bekommen ist eine andere Sache. Irgendwas schießen an der Seite so lang, Alter. Er ist weg, da war ich. Er ist weg, da war ich. Er geht um ... Der Feind will den Kontrollpunkt stürmen. Wir haben den Kontrollpunkt verloren. Der nimmt den wieder ein. Und jetzt. Wenn der ill. ARD Text im Auftrag von Funk Alter, schon wieder? Oh, rein mit dem Ding da. Der Feind nimmt den Kontrollpunkt ein. Einer wird Koptader lang gerannt. Wir haben den Kontrollpunkt erobert. Der Feind hat 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 den Kontrollpunkt erobert. Höh, wo hab ich den Semi-Auto-Kill gemacht? Ja, okay, die Maschinengewehr ist Kill, das ist klar, aber wo hab ich den Semi-Auto-Kill gemacht? Das war's mit eurem Video. Lasst gerne einen Like und Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und kommentiert, wenn ihr weitere Videos sehen wollt. Bis bald. Ciao, ciao. Bis bald.